Eine Übung zur Mobilisierung der Brustwirbelsäule. Wir gehen aus dem Vierfüßlerstand mit den Armen, diesmal ganz knapp, zu den Knien und bewegen uns nur in der Brustwirbelsäule, indem wir eine runde Rückenposition bilden. Danach das Brustbein versuchen nach unten hinaus zu drücken. Schulterblätter gehen hinten zusammen und wieder zurück in die Rundrückenposition. Untertitelung des ZDF für funk, 2017